Und ne Kamera. Okay, das wird jetzt interessant. Und gemeistert. Okay, ich sollte eigentlich nicht auf die Schalter schießen mit meiner Niedersprung. Oh. Ich beides gerne. Ha. Ängste. Ja, das war ja klar. Hilfe. Okay, wo ist das Schild für dieses doofel Toll? Heiliges. Okay. Ich renne da jetzt rein. Yeah. Ich sag doch, die Zivilisten sind viel krasser. Okay. Okay, da ist ein Vettrom. Gar nicht gut. Delos. Bitte erinnere dich jetzt kurz zu 660. Danke, du bist ein echter Freund. Noch was. Wenn du je wieder Kaffee über meine Hose schüttest, endest du in Minen. Marso. Okay, 660. Ist für irgendwas ein Code? Ferngelenke-Kamera. Ah, ja. Ha, sehr schön. Ist mal hier. Oh, Veteran. Jawohl. Sieht auch interessant aus hier. Waffen-Kamera. Gut, dann werde ich die jetzt wohl killen müssen. Ah, und er hat es nicht kaputt geschossen. Oh, das Ding ist jetzt auch langsamer geworden. Okay. So, was geht hier ab? Ui. Schnell, Speicher. Uiuiuiuiui. Äh, ne. Können wir vielleicht mit Plasma-Waffen mal probieren. Aber geht ziemlich am Schild ziehen. Was zum Henker. Okay. Die war fast geil. Ha, 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 ha. Rote Keycard. Rote Keycard. Die hatten wir am Anfang, hätten wir die mal gebrauchen können. Ich hoffe, ich komme da noch mal zurück. Na gut. Habe ich die hier? Zugang verweigert. Unglötige Zugangskarte. Äh, okay. Verdammt, diese Laser. Halten Sie durch, Silencer. Von hier aus kann ich sie unmöglich abschalten. Aber auf der Holokarte sieht so aus, als wäre da eine Tür, die zu einem Wartungstunnel führt. Sie müsste vor Ihnen östlich sein. Mehr kann ich leider nicht für Sie tun. Hanging aus. Okay. Das wird wahrscheinlich hier irgendwo sein. Ah, ich glaube, ich weiß es schon. Oder auch nicht. Wartungstunnel-Tür. Hier. Kann ich es durch die Wand nehmen? Spring. Ah, verdammt. Ach Gott. Der hat es ja da aufgemacht. Seit wann schießen die auf mich? Moment. Okay. Okay. Haha, auftanken. So, schauen wir mal, was hier noch ist. Irgendwie möchte ich auch wieder runter. Okay. Okay. Komme ich eigentlich wieder runter? Ich will jetzt mal kurz auch gucken, ob der Aufzug noch aktiv ist. Theoretisch. Ah, fast. Mit der grünen Keycard könnten wir wieder runter. Na, schauen wir mal. Was ist denn hier rein? Na, komm her. Nancy. Gott, du geht's denn hier überall lang? Das ist ja absolut Wahnsinn. Oh, Zivilist. Okay. Okay. Tiefere Teleporter. Tiefere Teleporter. Lacktiefer. Und noch eins. Jawohl. So, ich weiß jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo kommen wir denn da raus? Da unten? Ganz woanders. Sag mal, dieser Level verwirrt mich. Oh, Aufladestation. Das gefällt. Nein. Ah, wieder mal zu viel geballert. So ein Scheiß. Zugang, gewehr. Ah, naja. Okay. Jetzt müsste ich bloß irgendwie wieder diesen Teleporter hier aktivieren. Ich glaube, ich mache es jetzt einfach mal so. Mit dem Datenschlüssel. Zugang, gewehr. Alles klar. Nicht gleich hier. Schaut uns mal den Rest der Ebene hier an. Schnell speichern. Was ist hier jetzt wohl alles? Ah. Okay. Okay. Sonst hätte ich was Böses? Große Geschützturm da hinten. Okay. Okay, da muss ich jetzt vorsichtig vor. Mich vorwugen. Ah, vorpirschen. Das mag der nicht so wirklich. Ja. Okay. Jetzt sind ja auch noch Schild geschützt. So, wo ist da das Schild für die? Okay. Ja, wie viele Leute soll ich nur noch zerfetzen? Da. Da. Da ist noch einer. Noch einer. Okay, ist immer noch schildgeschützt Ich will erstmal den Alarm abschalten Alarm passt mir grad Überhaupt nicht Waren hier ein Alarmknopf Irgendwo hier Aber keiner Ich weiß, dass da unten einer war Danke, Gebiet gesichert Rot-rot aufgehoben Ey, was für eine coole Mission Ich bin nur noch ein kleines bisschen verwirrt Wie es da jetzt weitergeht Schnell, speichern Hm Ha Erwischt Wunderbar Wie komm ich da hoch? Ich bin da hoch Wahrscheinlich muss ich von da drüben rüberspringen Muss ich sicher, dass hier kein Laser ist Wie da oben zum Beispiel Ich höre eine Mech Ich weiß bloß nicht wo und wie diese Dings hier wieder Okay, wie mach ich dieses Schild da aus? Ah, ich sehe da hinten einen Schalter Und das war er Schnell, speichern Ha Ich werde längstens richtig gut darin, hey Hilfe der Boden geht da auf Sollte da aufpassen Alarmkamera Mistviech Das sieht mich zum Glück noch nicht Ach, das ist unten, okay Jetzt haben wir hier Energiebrücke ist ausgefahren Warnung Sicherheitsverzögerung Effekt Das heißt Okay Hä Muss ich überhaupt lang Ist recht Ich glaube, das Ding da unten macht dann den Wett schon auf Und da auch noch Okay, anders Zum Glück bin ich hier in einem guten, toten Winkel für den Hä Oder? Oh komm, direkt auf ihn drauf fallen Okay, der ist kaputt Ja Äh C, Radioaktivität Kaputt Sie ist ja überhaupt drauf Egal Nee, das gefällt mir nicht Verdammt Ah, okay Oh man, die halten auch voll viel aus Was ist das hier? Okay, was ist das hier? Okay, was ist das hier? Okay Hm Ah, okay Okay Okay, dann machen wir zuerst nochmal das hier Okay Ha Spielt so gut Okay Aufzug F23 Alarmzustand aktiv Gefängniszeltblock hier 12 Oi Abkürzung Oder wie? Schnell speichert Oi, oi, oi Aufzug defekt Ich komm nicht mehr zurück Scheiße Ich wollte doch noch die rote Keycard verwenden Ich wollte noch so viel machen da oben Ach Was soll's Was soll's Ja, ist recht Ich will Ich will Zuerst die Bide da kaputt machen Ah, ich mach das lieber so Aber es nicht geht Na gut Mech Ich kann heute normal speichern Ah Okay Okay Im nächsten Raum werden sie sich eine hohe Dose Strahlung einfangen Um sie zu vermeiden, nehmen sie die nördliche Passage Aber da sieht's leider auch nicht viel besser aus Sie haben dort nämlich ein paar Schwebeminen aufgehängt Ähm, am besten sie rollen schnell darunter durch Lenning aus Ah, Strahlung Schwebeminen Nördlich Äh Okay Äh, schauen wir uns mal an, wie schlimm die Strahlung ist Ah, ich seh schon, sehr schlimm Kann ich das vielleicht kaputt sprengen Von der Ferne Okay, ich verschwende bloß Munizium Ah Was für einen nördlichen Raum hat der denn gemeint Hm Hm Hallo Sorry Okay Ich glaube ich muss das noch ein Stückchen fortschreiten Na Na, na, na Na Hallo Lass mich doch durch Also Sie betreten eine Strahlungszone Betreten auf eigene Gefahr Achso Ja, ich glaube ich nehme mir diese Route hier Muss ich einfach nur durchrollen Dann wird alles gut Boah, wirklich gut Und jetzt Bodenplatte Aha Oh, schon wieder so ein Scheiß toll Teleporter Zugriff Teleporter leitet Kandidaten und Teleporter ist aktiviert Jausa Oh, was ist denn jetzt schon wieder Ah, es hat so ein bisschen Crusader 1 Feeling Mal wieder zum Industriegebiet Komme ich da Muss ich da Ah Okay Kontaktiere fergeleckten Roboter Roaming Susan Das ist der schlechteste von allen Oh Seit wann hat er Laser Süß Was für eine Lebensspanne Ah Aber das war eigentlich alles, was er machen musste Das war alles, was er machen musste Oh, geht's jetzt weiter oder Was zum Okay Ich schau jetzt erstmal da oben an Oh Und Alarm Ah, Mann Oh, oh Oh, oh Hey Szeno, ich muss den Wartungstunnel südlicher Turmkanone überprüfen Wir haben Energieschwankungen in den Schildgeneratoren Hauptwartungsraum Südlich Südlich Turmkanone Das ist bestimmt auch von Interesse Das ist vielleicht wieder so ein Teil, wo ich doppelt moppeln muss Okay, nee Okay, südlich der Turmkanone Danke Gebiet gesichert Code Roth nicht mehr gültig Okay Ich wage jetzt einfach mal den Sprung da rüber Schnell speitern Das ist eine lange Mission, kann das sein? Ausfahrt hier Fick Versterbung Rebellen Rebellen Schnellen Schnellen Ach ja Ich liebe dieses Spiel Verblutet Rebellen Ja, ich will jetzt mal Nochmal sterben Jetzt schieß es mir nicht, ist das doofeste Teil hier kaputt So So Jetzt haben wir die wenigstens weg Okay Ich komme doch auf jeden Fall irgendwie hoch Okay 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 Schild geschützt Okay Okay, das ist aber das das Teil hier Schnell speitern Dann rennen wir da doch mal hin Oh, dass uns das Laser-Türmse da erwischt Das ist aber das Teil hier kaputt Das ist aber das Teil hier kaputt Das ist aber das Teil hier kaputt Das ist aber das Teil hier kaputt